so dann gehen wir da hoch jetzt habe ich jetzt 60 fps jetzt wieder los und okay wir haben was wir wollen er muss leider auf seinen zucker verzichten aber macht ja nix so jetzt gehen wir da mal leise hier hoch so als wäre nix gewesen sind wir auch mit einem verdammten Glück jetzt irgendwie hier reingeschossen beim dritten Anlauf und springen äh hallo das war jetzt ein Hänger aber eine einer von ganz feinen war das jetzt so komm spring rüber oh okay ich stehe hier ein bisschen auf Köpfer okay dann gehen wir hoch tut mir leid wegen dem zucker ich habe nur ein paar hände kein großer verlust ich habe noch reichlich andere fracht um die reise profitabel zu gestalten wirst du lange hier bleiben ein paar wochen ja dann zurück nach barbados in die tristesse des familienlebens wähle nicht die tristesse segle nach nassau lebt dein leben wie du willst habe ich nicht gehört dass es in nassau vor piraten wimmelt das klingt irgendwie schäbig nicht schäbig befreit oh gott das wäre ein abenteuer aber nein nein ich bin ehemann und vater und trage große verantwortung das leben ist mehr als freude und ablenkung danken hey im bonnet ich heiße edward dank des mt ein geheimer name für ein geheimtreffen mit dem gouverneur der gouverneur ich glaube ich ließ ihn lange genug war okay das heißt wir werden mal unseren gouverneur suchen nicht den kampf verwickeln fortsetzen na dann oh wo ist die karte hier oh das war jetzt nicht beabsichtigt äh karte select hast du da ja select hier sind wir äh ok tänzerinnen oh wir müssen hier rüber oh das heißt den aussichtspunkt haben wir schon mal jetzt fehlt uns der nächste aussichtspunkt und das ist erst einmal der hier beziehungsweise der hier da will ich jetzt hin oh oh shit ist riesen scheiße groß wenn ich das mal so sagen darf na dann oh diese ruckler hier drin ich weiß es nicht ist nicht gerade unbedingt ein schönes feeling wenn es ruckelt hallo was ist hier los die frage ist ach du scheiße mein speicher ist ja auch gleich voll daran habe ich ja jetzt gar nicht mehr gedacht jetzt reicht es mir aber ich frage mich was hier los ist sonst muss ich jetzt nochmal neu starten vielleicht auch noch den Rechner mal neu starten weil sowas hilft dir anscheinend weil immer wenn ich ein bisschen schneller renne kommt da irgendwie nicht mehr nach und ich weiß nicht warum wie jetzt boah das ist uncool letztes Mal war okay hallo ich möchte nur äh nein okay also jetzt müssen wir kurz hier hoch okay den piraten retten naja komm das machen wir jetzt wo ist das wo ist der pirate oben interagieren auftrag annehmen nicht im kämpfen nicht im kämpfen verwickeln lassen ein freibauer der als healer für den templar arbeitet soll sich im armen fehl von hannowanna verstecken findet ihn und tötet ihn okay 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 so pz roff du beruhigst dich jetzt das macht das ganze hier kein spaß und ich meine das muss ja spaß machen das assassin's creed oder es sollte spaß machen das ist die frage wie komme ich hier hoch ah ok da haben wir ja schon was gefunden zack oh ja eben ich dachte gerade lass das Ding ja nicht fallen so jetzt hoch mit dir links einmal rüber du Schisser nein schon richtig genau und hoch jetzt schauen wir uns mal die Gegend an ok hier sind wie es aussieht ok ja also dann jumpen wir mal so und raus hier jetzt machen wir erstmal kurz ein attentat vorausgesetzt mein pc spielt endlich mal mit weil so ist es ja echt kein feeling mal schauen jetzt irgendwie irgendwie weiß ich nicht so genau was ich mit der grafik machen soll ich brauche unbedingt einen neuen rechner umgebungsqualität machen wir mal auf normal vielleicht ist es ja dann besser irgendeiner von dem muss ich jetzt umbringen kommt mit meine fräuleins aber ich weiß es noch nicht wen ich hier ähm umbringen soll lauf Mädchen lauf der hier war scheinlich hallo ich will dass ihr euch in mich versteckt und adlerhaugen der ist es also lauf mit kommt mit die die das ist verarschen Lala Lala Lauft mit, meine Mädels Ich muss da jemand um die Ecke bringen Juhu Oh oh Oh, schießen wollen sie auch? Oh mein Gott Jetzt aber gucken, was da abhau ich hier Ach komm Ihr wollt, ich krieg euch Ach, die helfen mir sogar Und noch meiner Kann ich dir geben So Das war wohl doppelt abgemurkst Doppelt und dreifach Was habt ihr denn so dabei? Naja, 10 ist jetzt nicht grad unbedingt Gold wert 10 Leichen plündern, okay 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 Mine, oje Mine So Das war jetzt ein Auftrag Das Problem nämlich ist auch, dass Webs nicht grad So zuverlässig ist Mit dem Aufnehmen Und da mein Speicher ja sowieso schon voll ist Denk ich mal Mag er das nicht grad unbedingt Naja, schauen wir mal Gehen wir jetzt mal da rein Mission starten Guten Tag Duncan Walpole aus England Ich will zum Gouverneur Ich glaube er erwartet mich Danke Danke Willst du mein Geld? Okay Das ist schon heftig was er so darstellen muss So Mal sehen wie es weiter geht Mal sehen wie es weiter geht